Die Demokratie in ihrem Lauf halten weder Merz noch Söder auf. Die schwarze Brandmauer gegen die CDU bricht zusammen. In Cottbus macht die CDU mit der Alternative für Deutschland gemeinsame Sache. Und das schauen wir uns jetzt an. Moin, ich bin David, wir legen los. Dazu habe ich uns einen wunderbaren Bildartikel vorbereitet. Antrag gegen mehr Flüchtlinge. CDU und AfD machen in Cottbus gemeinsame Sache. Kursänderung in der Flüchtlingspolitik. CDU und AfD haben gemeinsam beschlossen, zukünftig nur so viele Flüchtlinge aufzunehmen, wie es gesetzlich vorgegeben wird. Damit ist das ursprüngliche Konzept sicherer Hafen vom Tisch. Im Beschluss von 2021 hatte die Stadt Cottbus auf Antrag der Grünen und Linksfraktion beschlossen, zukünftig freiwillig mehr Flüchtlinge als gesetzlich notwendig aufzunehmen. Cottbus hatte sich damals zum sicheren Hafen erklärt. Es ist wieder die typische Spielart von den Grünen und den linken Sozialisten. Da erklärt man sich selbst moralisch überlegen zu einem sicheren Hafen und lässt dabei vollkommen außer Acht, dass die Bevölkerung das eigentlich doch gar nicht will. Ihnen ist es egal, dass die Menschen dafür dann aufkommen müssen. Aufkommen müssen mit ihrem Steuergeld und mit ihrer Sicherheit. Denn was die Zuwanderung in der Kriminalitätsstatistik ausmacht, das sehen wir jedes Jahr aufs Neue. Und ich freue mich wirklich, dass dort die CDU und AfD zueinander gefunden haben und in dieser Sache gemeinsam etwas beschlossen haben. In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch forderte die CDU gemeinsam mit der AfD eine Änderung des Beschlusses von 2021. Zuvor hat die AfD-Fraktion in einem eigenen Antrag die Aufhebung des Beschlusses von 2021 verlangt. Mithilfe der CDU konnte nun eine Anpassung erreicht werden. So, das klingt sehr gut. Ich hätte es mir natürlich gewünscht, dass es noch besser gelaufen wäre. Denn das war nicht wirklich optimal, wie es passiert ist. Der gemeinsame Antrag zeigt Erfolg. 19 Verordnete stimmen dafür, 12 dagegen und 6 Verordnete enthielten sich. Kritik gab es von der Opposition. Das ist problematisch, dass ein AfD-Antrag von der CDU modifiziert wird und sich nun als Alternativantrag durchgesetzt hat, sagt Stadtverordnete Gudrun Breitschuhweil von den Grünen. Vor kurzem hatte der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz gesagt, dass es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben werde. Also, am Anfang des Textes ist da etwas, da habe ich meine absoluten Probleme mit. Nämlich, es ist problematisch, dass ein AfD-Antrag von der CDU modifiziert wird. Das ist absolut lächerlich. Da macht die AfD einen Antrag, der gut und sinnvoll ist. Und das sehen auch die CDU-Politiker, lehnen diesen Antrag aber ab, machen dann einen gleichlautenden eigenen Antrag, bringen ihn dann vor und die AfD stimmt dort mit. Ich finde es wunderbar, dass die AfD dem zugestimmt hat, dem CDU-Antrag, dem Modifizierten. Ich würde es mir aber wünschen, wenn die CDU endlich mal klare Kante auch gegen Herrn Merz zeigen würde und auch einen Antrag von der AfD direkt mitbeschließt. Weil, das ist eine absolute Verschwendung von Zeit und Steuergeld. Wenn dort etwas abgelehnt wird, neu aufgesetzt wird und dann wieder darüber abgestimmt wird, unter dem Vorwand, das ist jetzt unser Antrag, wenn die AfD dort mitstimmt, dann ist es so. Mit diesem Vorgehen machen sich die CDU-Politiker absolut unglaubwürdig. Und deswegen wählen die Menschen die Alternative für Deutschland, weil sie eben das Original wählen. Das können wir uns hier ansehen. Politik in Cottbus. Etwas weiter unten sehen wir die Wahl zu Stadtverordnetenversammlung. Stimmanteile der Parteien in Prozent. Wahl zu Stadtverordnetenversammlung 2019. AfD 22,3 Prozent. Die CDU 17,2 Prozent. Gewinne und Verluste im Vergleich von zwei zu 2014. Die CDU hat 10,5 Prozent verloren, während die AfD 15,1 Prozent dazu gewonnen hat. Das sollte der CDU doch wirklich sagen, dass die Menschen das Original wollen. Und wenn sie als CDU irgendwelche Anträge von der AfD kopieren, weil sie inhaltlich damit übereinstimmen, die AfD-Anträge ablehnen und diese Kopien dann durchpeitschen, dann ist das absolut lächerlich. Die Leute machen sich lächerlich und da habe ich wirklich kein Verständnis für. Deswegen wählen die Menschen immer das Original. Sie wählen die AfD und das sieht man nicht nur in den Umfragen. Mittlerweile sieht man es auch tatsächlich in den Wahlergebnissen. Und das ist auch gut so. Jetzt solltest du dir unbedingt dieses Video hier ansehen. Wir sehen uns drüben. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich. Bis gleich.